Bacera Podcast Kann ich machen Ich bin Jay Ottomann Ich bin aus dem Ruhrpott Ich komme aus Essen Ich bin Supporter Admin und Mod bei Knossi Und Co-Moderation bei Show Your Talent Wann hat bei dir das alles begonnen? Mit dem Thema Twitch Also ich kann ganz zurückgehen, wenn du möchtest Gerne, gerne Wann ich überhaupt allgemein auf Twitch bin Ich bin bei Twitch seit 2013 Da hat mich ein Kumpel dazu gebracht Da gab es ein Spiel früher, was ich gerne gespielt habe Hearthstone hieß das So ein Karten-Strategie-Spiel Vielleicht kennst du das noch, Magic-Karten und sowas Aber halt auf dem visuellen Brett Richtiges Game Hat Bock gemacht Und dann hat er gesagt, hier gibt es Profis Hast du nicht mal Bock irgendwie Mal zuzugucken Weil so lernt man ja auch die Games Und dann habe ich mir halt ein Twitch-Account erstellt Das war so 2013 Und Twitch gibt es ja seit 2011 Soweit ich weiß Also ziemlich weit, weit in den Anfängen dabei Und dann ging es los mit Twitch Okay, das heißt Du hast da auch schon selbst gestreamt Oder hast einfach Leuten beim Stream zugeschaut? Anfangs habe ich nur die Stream-Site geschaut Aber nach und nach Kam dann halt der Kumpel Den ich erwähnt hatte Der kam dazu Hey, ich habe Bock zu streamen und so weiter Hast du nicht Bock mit mir irgendwie Games zu zocken? Habe ich dann anfangs auch gemacht Und die Leute haben irgendwie auch mich gefeiert Und dann haben die mich halt so teilweise dazu gedrängt Hey, Jay, willst du nicht auch mal streamen? Und dann habe ich irgendwann auch tatsächlich gestreamt Aber halt nur auf Fun-Basis Okay, bis wann ging das Ganze mit dem Stream? Oder bist du aktuell immer nochmal dabei mit der Streamerei? Also aktiv jetzt eigentlich nicht mehr Komplett, wie gesagt, so viel zu tun Dass ich gar nicht die Möglichkeit finde Überhaupt jetzt selbst zu streamen Und es ist ja auch sehr, sehr, sehr viel Zeit auf Schreiben, sage ich jetzt mal Es kostet ja auch Energie, Kraft Und ich denke mal, du weißt, wie es ist, wenn man streamt Die meisten Leute denken nämlich Ein Streamer sitzt da Und liest nur ein paar Zeilen aus dem Chat Das ist nicht so Das ist absolut nicht so Es ist ja auch so eine Kopfsache, die ist sauanstrengend Das ist sauanstrengend Ich muss sagen, Stream ist nicht nur sitzen, lesen und das was Sondern ich bin einer gewesen von den Streamern Ich habe aktiv auch Games gezockt Alles kreuz und quer, querbeet Und das ist echt sehr anstrengend gewesen Teilweise zehn Stunden am Tag Und irgendwann konnte ich halt nicht mehr Ey, das sehe ich heute immer wieder Echt Respekt an die Leute, die zum Beispiel COD zocken und streamen Konzentriert beim Spiel zu sein Aber auch irgendwie auf den Chat einzugehen Absoluter Wahnsinn Ja, das ist so ein bisschen so ein Timing-Ding Weil man muss ja noch fokussiert im Spiel bleiben Und wenn man so ein bisschen zu viel auf den Chat guckt In dem Augenblick Und dann ist man aber auch bei COD ganz schnell erledigt Das muss man schon gut timen Aber man kriegt nachher Zeit Und man kriegt auf jeden Fall dafür ein Gefühl Das geht Wie kamen dann so die ersten Kontakte zu anderen Streamern? Oder dass du vielleicht auch gesagt hast Ey, du hast auch mal Bock hier oder da den ein oder anderen Mod-Shop zu machen? Du musst wissen, bei Twitch und mit dem Streamen Vor allem für die kleinen Streamer ist es sehr wichtig, sich zu connecten Und Leute suchen ja auch Leute, mit denen die zum Beispiel auch zusammen spielen können Zum Beispiel Oder man bekommt einen Host oder einen Raid Und so kommen dann auch immer wieder neue Leute rein Und auch neue Streamer sehen dich Du siehst andere Streamer, dann raidest du mal vielleicht Also ich muss sagen, ich war nicht wirklich groß Und war auch nie meine Absicht So um die 10, 15 mal 20 Zuschauer waren da Und wenn man einen Host kam Klar, es waren dann ein paar mehr Aber im Großen und Ganzen hat sich das so auf 20 Zuschauer 10, 20 eingependelt Und ja, das war wie so ein kleiner Freundeskreis Wie so eine kleine Familie irgendwann Das ist dann das Ding Und durch dieses Connecten Ist es halt so, dass man halt auch eventuell Größere kennenlernt Oder größere auf dich aufmerksam werden Je nachdem, was für ein Art Mensch du bist Was für ein Charakter du bist Ob du auffällig bist Oder halt nicht Das ist es halt bei Twitch Connecten Wie kam dann der erste Mod-Shop bei dir? Oder war jetzt Knossi auch der erste Mod-Shop für dich? Tatsächlich nicht Ich war hier und da schon Mod bei einigen Klaneelen Und hab so, sag ich jetzt mal, meine Erfahrungen dadurch gesammelt Und du musst wissen, die Richtlinien von Twitch, die ändern sich regelmäßig Da kommen immer wieder neue Sachen Die man halt besser nicht machen sollte Die man nicht sagen sollte Copyright etc Das kommt nach und nach Und durch die Jahre Ist das halt auch dadurch, dass ich selber streame Musst du ja diese Kenntnis schon ein bisschen Auf jeden Fall haben Ansonsten kannst du ganz schnell was Falsches machen Und das willst du ja nicht Du willst ja auch für die kleine Community Die du hattest Oder die ich hatte jetzt Auch das richtig machen Und irgendwann Halt kam der Moment Das war dann jetzt bei Knossi Das war noch ziemlich klein Und ja, das hat sich dann halt Ist halt in die Höhe geschossen Sehr, sehr krass Und dementsprechend Ist dann auch so die Tätigkeit so geblieben Dass ich dann halt gesagt habe Okay, Stream jetzt Keine Zeit mehr für Aber es war so oder so Fun-Basis Und dann ist das okay Wenn man sagt Okay, kann man immer wieder anfangen Kein Problem Und seither läuft das so Wenn du sagst Es war ziemlich klein Von was für Zahlen sprechen wir da ungefähr? Also ich muss sagen Anfangs Ich habe halt mit Discord Mich schon so ein bisschen Schlau gemacht damals Du kennst ja wahrscheinlich noch Teamspeak Was man ganz früher genutzt hat Ja, auf jeden Fall Und wo ich gestreamt habe Habe ich halt etwas gesucht Was gut für die Community ist Und Discord ist halt ideal dafür Man kann da gut mit der Community Halt connecten Und da kann man halt Sag ich jetzt mal Wenn man live geht Kann man eine Shoutout rausholen Hey Leute Ich bin heute nicht da Leider morgen der Stream Oder sowas Und dafür ist halt Discord perfekt Und dann ist halt Teamspeak Bei mir ganz schnell So nach hinten gewandert Und halt Discord In den Vordergrund gerückt Und dadurch Dass ich mir einen eigenen Server erstellt habe So meinen eigenen kleinen Server Für die paar Leute Die bei mir zuschauen Hatte ich dann schon sozusagen Diese Kenntnisse Und so bin ich dann reingekommen Dass ich meine Hilfe angeboten habe Und irgendwann Ging es dann weiter Hey Mod Und so weiter und so fort Und dann kam es Früher oder später So oder so Ist es dazu gekommen Dass ich dann Mod wurde Und dann halt dort Sag ich jetzt mal Meine Mod Tätigkeiten angefangen habe Und es ist dann explodiert Was ja nie Keiner erwartet sowas Man macht sowas halt einfach gerne Und man muss wissen Die Mods auf Twitch Das ist eine freiwillige Sache Keiner darf davon ausgehen Stream So einen kleinen Briefing Und sowieso ist es so Bei den Streamern Die haben unter ihrem Stream Die haben immer die ganzen Regeln Eigentlich aufgelistet Damit die Zuschauer Wenn die reinkommen Wissen Was darf ich hier Und was nicht Und dementsprechend handelst du Das ist es eigentlich Und Das ist dann halt So ein Ding Nach und nach Sitzt das so drin Da können tausend Leute Im Chat sein Oder zwanzig Das ist dann egal Aber das ist auch wieder So eine Sache Was viele Menschen Gar nicht sehen Was da wirklich Im Hintergrund Für eine Maschinerie abläuft Auch Klar Bei zehn Zwanzig Leuten Ist das alles überschaubar Aber wenn da mal Ein paar tausend Leute Im Chat In die Tasten kleppern Dass das dann doch Auf jeden Fall Nach ein paar Stunden Auch massive Arbeit ist So ne Man gewöhnt sich dran Anfangs ist es sehr viel Natürlich Wenn das so explodiert Das weiß man ja nie Egal was für ein Kanal es ist Und Nach und nach Gewöhnt man sich dran Das ist Du musst dir das so vorstellen Ich hab einen guten Freund Er wohnt in der Nähe Von der Straßenbahn Von der Hauptstraße Wo eine Straßenbahn durchfährt Wo ich das erste Mal Bei ihm war Er ist dann neu angezogen drin Und Wenn die Straßenbahn Vorbeigefahren ist Ich dachte Da gibt's ein Erdbeben Ich hab gesagt Ey hörst du das nicht Er hat mich nur so angefühlt Was meinst du Ich so Hallo Merkst du das nicht Das ganze Haus wackelt Sagte ne Ich weiß nicht was du meinst Er hat's nicht mehr gemerkt Für ihn ist es normal geworden Und so ist es auch mit anderen Sachen Es ist Anfangs sehr viel Aber du Trainierst dir Was heißt trainierst du es an Du gewöhnst dich dran Und machst es an Und das ist dann halt so Natürlich Wenn du dann in einen Kanal gehst Der kleiner ist Und du den Chat siehst Dann Kommt dir das langsam vor Aber es ist halt Gewöhnungssache Das geht alles Nach und nach Bezüglich Straßenbahn Hab ich auf jeden Fall Auch noch eine kleine Anekdote Ich hatte einen Laden Hier in Berlin Den ich geschlossen hab Zum 31.12.2019 Und der war unter Diesen S-Bahn-Bögen Und wenn Kunden reinkamen Und die Bahn ist drüber gefahren Die waren komplett geschockt Die haben mich mit großen Augen Angeguckt Und meinte Ey ey wie kannst du es aushalten Aber ich hab nichts mehr Selbst gehört irgendwann Man hat es ausgeblendet Wie du sagst Man hat sich einfach dran gewöhnt Ja das ist es halt Das ist es halt Das geht Und ja Learning by doing Und nach und nach Geht das halt wirklich Das geht Aber man braucht natürlich Auch ein Team Was zusammenhält Und was zusammen halt Ambitioniert An der Sache dran ist Ansonsten Ja Wird es natürlich schwierig Aber mit Dementsprechend Muss man ja auch Das Team anpassen Wenn da sehr viele Zuschauer sind Sind dann auch halt Dementsprechend mehrere Mods Und das passt dann Und jeder hat so ein bisschen So seinen Aufgabenbereich immer Und dann geht das schon Ganz schön gut Ja das geht Tauscht man sich da auch Mit Moderatoren Von anderen Streamern auch so Oder bleibt man da Straight in seinem Camp Ich denke mal Je nachdem Also ich bin da jetzt Nicht so dass ich sage Nein ich bleibe jetzt Komplett straight in meinem Camp Austauschen Natürlich interne Sachen Tauscht man nicht aus Weil das gehört natürlich intern Aber man Man lernt halt Neue Moderatoren kennen Wie so Art Kollegen Das ist echt so ein Ding Dass man sich wie so Kollegen sieht Und die machen ja eigentlich Das gleiche was du machst Und Dann schließen sich Man lernt neue Leute kennen Man schließt auch So richtig jetzt mal Online Freundschaften Vielleicht zockt man mal gemeinsam Das kann vollkommen klar Aber ich bin jetzt persönlich Keiner der sagt Nein ich rede mit Keinem anderen Und nein da auf keinen Fall Bezüglich jetzt Leuten Im Chat und Zuschauern Hattest du da irgendwie auch schon mal Erfahrung oder Berührung Mit irgendwelchen Hardcore Drollen Drolls Drollen Wie ist die Mehrzahl von Drollen Drolls Von Drollen Von Drollen Die jetzt auch dann irgendwie Nach dem Stream Irgendwie noch am Bein waren Und nicht losgelassen haben So bei dir Ja du musst wissen Es gibt in jedem Stream Vor allem eventuell Auch im größeren Stream Gibt es vielleicht hier Den ein oder anderen Troll Der dich halt irgendwie Ärgern will Prozieren will Und die sich nicht An die Regeln halten Oder die sich beschweren Wenn die einen Timeout bekommen Ein Timeout ist Wenn jemand gegen die Regeln verstößt Dann kannst du die Leute Timeouten Dann sind die 10 Minuten Können die halt nichts In den Chat schreiben Und dann sind einige halt Stinksauer Und sehen nicht Ihren Fehler ein Was schade ist Weil Wirklich der Streamer ja versucht Ob das jetzt Entertaining ist Ob das jetzt Singen ist Also musikalische Streams Gibt es ja auch sehr viel Auf Twitch Oder ob das halt Einfach nur so ein Ganz normaler Talk ist Oder Gaming Das ist egal Wir sind ja dafür da Dass wir den Chat Sauber halten Weil Alles was im Chat läuft Dafür ist im Endeffekt Der Streamer verantwortlich Und wir wollen ja Den Streamer Beziehungsweise den Twitch Host Den Rücken frei halten Und möchten halt Einfach einen genießbaren Chat Aber Diese Trolls Gibt es natürlich Ja Man kann ja sozusagen Nicht immer Den Chat So sauber halten Weil Man ist auch natürlich Mensch klar kann da mal Eine Nachricht durchgehen Durchrutschen Sonst irgendwas Man geht ja auch kurz auf Toilette Dann ist man halt kurz nicht da Oder man trinkt was Oder man isst kurz was Aber Man muss schon sagen Es gibt Leute Die sind echt echt Daneben Sag ich jetzt mal Und da ist schon auf jeden Fall Die ein oder andere Beleidigung gekommen Aber man muss halt Natürlich einfach Das ignorieren Früher oder später Bekommt man halt Ein dickes Fell Und das geht dann Ganz gut eigentlich Gab es aber auch schon Momente wo du gesagt hast Ey Jetzt nimmt es Form an Die mit der virtuellen Welt Nichts mehr zu tun haben Die sich einfach nur Triggern so Ich habe einen Südländischen Hintergrund Meine Eltern kommen aus der Türkei Und das sieht man bei mir auch Anhand Ich habe braune Haare Braune Augen Und Ja die Leute versuchen halt Irgendwas zu suchen So einen Punkt bei dir zu finden Um dich zu treffen Und kann auch sein Dass da mal eventuell Eine rassistische Aussage kommt Privat als wisper Man kann ja auch Nicht nur in den Chat Sondern man kann auch Die Leute privat anschreiben Wenn das nicht ausgeschaltet ist Und dann kamen bestimmt mal Mehrmals Ehrlich gesagt Mehrmals schon Die ein oder andere Ja Dumme Äußerung Aber Das muss man hinnehmen Man kann den dannjenigen Man kann den ja aus dem Chat Dann ausschließen Weil man dann privat So beleidigt wurde Das geht natürlich nicht Und dann will man auch Solche Leute nicht im Chat haben Ja die dann hintenrum So dich beleidigen Und im Chat tun Als wäre nichts Aber das sind dann halt Die Kandidaten Die dann auch Eigentlich sehr 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 Offensiv auffallen Also man darf das auf jeden Fall Nicht an sich ranlassen Das ist auf jeden Fall safe Weil Wenn man das an sich ran lässt Das persönlich nimmt Und Dann sollte man auch Das nicht machen Also man sollte schon Schauen Dass man dafür geeignet ist Auch der Streamer Sollte auch seine Mods Sehr gründlich Aussuchen Ob die geeignet sind Dafür Und Man will ja einfach nur Einen genießbaren Schönen Stream Und Chat haben Das ist ja sozusagen Hauptfokus Und Man darf natürlich nicht Zu dünnes Fell haben Und man darf auf gar keinen Fall Genau das tun Was der Troll Dann mit dir versucht Und zwar dich versuchen Zu provozieren Das darf man nicht Sollte man nicht Bist du da auch auf Anderen Plattformen Sozialen Netzwerken Unterwegs Oder ist bei dir schon Priorität Twitch Also Streaming Plattformen So eigentlich Twitch Twitch ist ja eigentlich so Ist ja der Marktführer Es gibt natürlich auch Andere Plattformen Aber die haben mich bisher Nicht so wirklich angesprochen Es gab einige Projekte Ich weiß Mixer sagt dir wahrscheinlich was Ja auf jeden Fall Ja Mixer hat mich Ich bin da auch Ehrlich gesagt Ich bin da angemeldet Aber das war noch Relativ neu Und Ja da hab ich mal geguckt Aber so großen Ganzen bin ich doch Bei Twitch geblieben Das ist dann halt das Ding Aber Social Networks Klar In letzter Zeit Sehr viel Instagram Und Da teilt man ja auch Privates Und Ich geh auch Ab und zu Geh ich mal auch live Einfach nur so Mal mit den Leuten Ein bisschen quatschen So wie ich das mit dir mache Auf ganz normal Bruder Basis Ganz chillig Und So 99,9% Ist auch alles Ziemlich Ziemlich chillig Klar Kommen da auch Irgendwelche Beleidigungen Aber Das ist normal Das ist Man Wie gesagt Man gewöhnt sich dran Ich glaube das ist allgemein Natürlich auch diese Virtuelle Welt Jeder Schreibt leichter was Auf seiner Tastatur Anstatt wenn er vor dir steht Irgendwas Was Bösartiges zu äußern So Man weiß ja auch nie Wie alt die Person ist Der gerade schreibt Das weiß man ja dann auch nicht Und wenn dann Irgendwelche Accounts Die schreiben Ohne Bild Ohne gar nichts Also jetzt Instagram Jetzt zum Beispiel Dann kannst du dir Ziemlich sicher sein Dass da ein Sehr 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 junger Kollege ist Der versucht irgendwie nicht Ich weiß nicht Vielleicht hatte der Den schlechten Tag gehabt Oder Weißt du ja nicht Aber Das darfst du nicht an dich Anlassen Oder ist vielleicht Selbst aktuell mit der Pubertät Noch so beschäftigt Dass da auch mal Eine bösartige Äußerung Rauskommt Kannst du dich noch an deine Pubertät erinnern? Ich glaube ich habe alles Verdrängt Was sagst du? Das ist brutal Was die Hormone mit einem machen Du musst dir vorstellen Irgendwo Irgendwo Weiß man ja Man war ja auch nicht immer Sag ich jetzt mal So der kleine Junge Der irgendwo da saß Und Violin gespielt Sondern man hat auch mal Ein bisschen Mist gebaut Als kleiner Junge Ich weiß von nichts Aber da gab es In unserer Zeit In unserer Zeit Gab es dann auch Gar kein Twitch glaube ich Von daher Wir haben uns anders aus Wir haben Fußball gespielt Ey es gab 0,0 So es war Ja wie Es war anders so Und wenn du dich mit Menschen Natürlich auseinandergesetzt hast War das irgendwie draußen Auf dem Spielplatz Oder irgendwie Reality Also deswegen Also ich muss ehrlich sagen Am Anfang von dieser ganzen Twitch Phase Oder YouTube Oder was auch immer Ich musste mich da wirklich Daran gewöhnen Wenn Leute Einen da mit irgendwelchen Bösartigen Hater rein Zubombardiert haben Also das war schon Ja Weil man halt beides noch kennt Die jungen Leute von heute Kennen halt wahrscheinlich nur Ich gehe mal ins Handy Und gucke was da Online abgeht Ja wenn du mal Zurückschaust Die Anfänge von YouTube Das war ja so Das Twitch von damals YouTube ist auch Immer noch groß natürlich Da wird ja auch live gestreamt Aber Marktführer Twitch Die machen das aber auch Ziemlich gut Das muss man schon mal Auf jeden Fall sagen Ich denke es liegt einfach daran Dass die Kids heutzutage Wenn du das mal reflektierst Zu unserer Zeit früher Wo wir 12, 13 Da gab es das nicht Da war YouTube ganz neu Wann ist eigentlich nochmal YouTube 2005 oder so 2004 Oder noch früher sogar Boah das ist eine gute Frage Du musst dir vorstellen Wir können schon gar nicht mehr So weit zurückdenken Wann war das nochmal Weil wir halt Das war halt nichts Normales Das war halt etwas Wenn man irgendwo In einem Jugendhaus gesessen hat So was bei mir jetzt zum Beispiel Da war ich mit meinen Freunden In einem Jugendhaus Da haben wir Billard gespielt Und die hatten da halt Ein paar PCs stehen Dann war man da halt Auf YouTube Und hat ein bisschen Im Internet rumgealbert Und Ist dann nach Hause gegangen Und hat dann Halt Das gemacht Was man immer gemacht hat Vielleicht ein bisschen Playsy Playsy 1 damals Also Das ist halt eine ganz verrückte Zeit Aktuell Die man mit unserer Zeit Als Jugendliche Oder heranwachsende Jugendliche Gar nicht so zählen kann Wenn du dir überlegst Dass Kids rumlaufen Mit einem Handy Das größer ist Als ihr eigener Kopf Da weißt du schon Was los ist Original Ich sehe es auch immer wieder Bei Von Freunden und Bekannten Die Kids So wie die mit Tablets Oder iPhones umgehen können Die wischen da rum Die Stars voll schnell Wo ich gedacht habe So Eieiei Jetzt mir damals glaube ich So ein Ding in die Hand gedrückt Dann hätte ich Tamagotchi mäßig Erstmal geguckt Was damit geht Ja die heutige Zeit Ist halt Ziemlich crazy Und Was haben wir früher gemacht Ich rede immer sehr nostalgisch Merke ich gerade Aber ist auch geil Ich liebe das manchmal auch so Nicht zu sagen Damals war alles besser Aber manchmal so In die Vergangenheit Nochmal abzuschweifen Und dann wieder zurück In die Gegenwart Besser Schlechter Können wir so nicht sagen Obwohl doch wir schon glaube ich Wenn wir beide Sachen kennen Von früher und von jetzt Es war Eine geile Zeit So wie es heute Auch ist natürlich Man kann ja nicht immer sagen Früher war alles besser Vielleicht war einiges Früher scheiße Und wir kannten es einfach Noch nicht besser Aber Es liegt vielleicht aber auch daran No front An dieser Stelle Was im Fernsehen läuft Und was nicht Heutzutage läuft im Fernsehen Dieses Was ich mir Ich gucke kein Fernsehen mehr Schon seit Jahren nicht Vielleicht gucke ich Fußball WM oder sowas Das gucke ich Und wenn ich früher gucke Wenn du noch kennst Kickers oder sowas Dragon Ball So die Anfangszeit Das sind so Sachen Die ich mir gegeben hab Und heutzutage läuft halt Sowas gar nicht Also da läuft was Ich will jetzt keinen Namen nennen Aber Da laufen halt andere Sachen Wo Sachen Wo Menschen getauscht werden In Familien Was auch immer Das sind halt so Formate Die fühl ich nicht Die fühl ich nicht Und deswegen Was machen die Kinder Gehen auf Twitch Gehen auf YouTube Vielleicht auch auf Mixer Oder auf andere Plattformen Und das ist dann halt so Die ganzen TV-Sender Das sind ja fette Sender Überleg mal TV-Total Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte TV-Total Noch einmal zu schauen Wie ich es damals geschaut hab Dann würde ich eventuell mal Twitch mal beiseite lassen Und einfach TV-Total schauen Und diese Formate Fehlen leider Wenn man Die Möglichkeit Oder die Angebote halt nicht hat Dementsprechend Deswegen sind die Kids ja Überall Die sind überall online Handy Die gucken Twitch auf Handy Die gucken ja kein Fernsehsender auf dem Handy Das machen die ja nicht Und deswegen ist es glaube ich Einfacher Auf YouTube Kann man aussuchen Was man gucken will Klar man hat ein paar Sekunden Werbung Aber danach guckt man das Was man gucken will Und da sind halt auch Kids vertreten Auch die meisten Streamen ja auch auf Twitch Und die Kinder Wenn die das Oder die Kids Oder die Jugendliche Die gucken das Und sehen sich auch irgendwo selbst Und einige von denen Feiern die auch Sind Fans Wollen vielleicht auch Streamer werden Ja Die wissen ja was für Zahlen Auf YouTube Auf Twitch Wenn man sehr groß ist Was da für Zahlen rollen Und dann kann ich das auch Irgendwo verstehen Aber andererseits Real Talk Früher Alles besser oder Was haben wir gerade gesagt Sagen wir nicht Wobei gut das Thema Was man gerade anspricht Ich finde das auch immer wieder schwierig Weil du meinst Die Kids sehen die Zahlen Wenn die Jungen Leute zum Beispiel An die Sache so rangehen Weil sie sagen Ich will jetzt Twitcher werden Ich will jetzt damit Geld verdienen Finde ich auch immer Eine schwierige Sache Wie einfach zu machen Auf was man Bock hat Und wenn es knallt Dann knallt Ich meine du hast ja selbst gesagt Vorhin Wenn man jetzt einfach nochmal Beispiel Knossi Beispiel eure Community nimmt Dass das ja auch alles Klein angefangen hat Und man einfach eine kleine Community war Und damals wahrscheinlich Auch gar nicht abschätzen konnte Dass das so knallt So ne Man konnte das echt nicht abschätzen Man ist ja da gewesen Weil man halt Den Stream einfach feiert Und es ist halt Gutes Entertaining Immer noch Und auch auf anderen Kanälen Es ist ja so Dass ich auch andere Kanäle gucke Wo auch Spiele gespielt werden Wie zum Beispiel COD Oder auch mal Counter-Strike Wenn es Turniere gibt Oder sowas Sowas gucke ich auch gerne Und das ist halt eine Unterhaltung Die im Fernsehen Im Fernsehen Das kann dir keiner bieten Das gibt es da einfach nicht Und es ist auch noch live Und du kannst mit interagieren Im Chat Das ist schwierig Mit dem Fernsehen Du hast ja gerade gefragt Ob das das in Zukunft Eventuell ersetzen könnte Ich kann mir gut vorstellen Dass Fernsehformate Oder dass es in Zukunft Eventuell Fernsehformate gibt Die mit diesen Leuten Sprich Twitch-Streamern Interagieren Und so So ne Art Fusion Oder sowas Stell dir mal vor Fernsehen mit Chat Oder sowas Ich weiß nicht Das ist schon Aber dann wäre es ja auch Nicht mehr das traditionelle Fernsehen Dann wären wir ja schon fast wieder TV 2.0 so Vielleicht ist es so Vielleicht ist es so Das hat man vor 50 Jahren gedacht Oder vor 70 Jahren Ich weiß nicht Schwarz-Weiß-Fernsehen Und so weiter Dass es jetzt sowas gibt Wie 3D-Filme Und so Sachen Das ist ja auch damals Glaube ich unvorstellbar gewesen Aber es gibt sie heute Trotzdem Ja und das krasse ist aber auch damals Wenn man nochmal auf Das traditionelle Fernsehen Zurückkommt Man hat damals eine Show Oder einen Film geschaut Und heute hat man einfach Irgendwie drei Monitore offen Auf dem einen Den einen YouTube-Link Hier läuft der andere Stream Und auf dem dritten Wird vielleicht noch gezockt So ne Es ist auch Hier alles Schnelllebiger Überdosierter Alles So viel wie es nur geht So Ja es ist echt so Man hat wirklich die Möglichkeit Ich habe jetzt zum Beispiel Zwei Monitore Hast du drei Monitore bei dir? Ne Ich habe zwei gerade angeschlossen Wie ich Ich habe auch zwei Aber Wenn wir zum Mod-Thema zurückkommen Zwei Monitore sind echt notwendig Weil auf den einen läuft der Stream Und auf den anderen Wird jetzt zum Beispiel Der Chat laufen Den du dann in Größe siehst Ansonsten prasseln ja die Nachrichten Du siehst ja da nichts Also das ist schon Ja mit den zwei Monitoren Wo du es gerade sagst Wenn jetzt einer kaputt gehen würde Was vor einem halben Jahr Der Fall war Äh Ist schon sehr ungewohnt Es war sehr schlecht damit Dann sozusagen Ich sage mal in Klammern Arbeiten Ich glaube die meisten jungen Leute Die auch zocken Die ziehen sich dann parallel Irgendwie Und wenn es auf dem Handy ist Noch irgendein Streamer rein Ähm Wobei ich da auch wieder Über Überfordert wäre so Ich müsste mich dann Straight auf Die Zockerei Konzentrieren so Ja Aber das geht Das geht Zocken und ein bisschen Chatten Das geht schon Das geht schon Oder man findet halt ein Game Wo man Ähm Nicht die ganze Zeit halt Den Fokus aufs Game hat Und so ein bisschen auch den Chat Parallel dazu noch Lesen kann Und agieren kann Das schon Das ist schon möglich Gibt es ja Games Falls dir Pummelparty was sagt Voll Lieb ich Absolut Lieb ich Super geil Das ist zum Beispiel ein Spiel Wo auch ich Klarkomme mit Streamen Und zocken so Da hast du ja Ein paar Sekunden Pause sozusagen Wo du dann halt auch zuguckst Und dann kannst du auch Ganz easy auf den Chat eingehen Also es muss ja nicht immer Irgendwie ein Spiel sein Wo man im Krieg ist Oder so Was auch immer Sprich COD Wo man Die ganze Zeit den Fokus haben muss Aber es ist mir damals Ich habe damals PUBG gespielt Und wie oft Wurde ich da weggebombt Von dem Gegner Oder überfahren Vom Jeep Weil ich gerade kurz Ein Chat gelesen Oder weil ein Alert Reingekommen ist Irgendwie Follower Oder was auch immer Und ja Dann ist man Schnell aus dem Konzept Das kann passieren Aber Muss man halt mit rechnen Und das geht nach der Zeit Das ist auf jeden Fall Bei Pummelparty super In dem Moment Wenn der andere würfelt Kann man dann auch mal Ein locker flockisches Kaltgetränk zu sich nehmen Das ist Ja Das ist auf jeden Fall Wunderbar Apropos Kaltgetränk Was ist dein Lieblingsgetränk? Was trinkst du am liebsten? Beim Zocken? Oh beim Zocken Ich trinke eigentlich Zu Hause Muss ich ehrlich sagen Nur noch Wasser Weil ich immer Die ganzen süßen Dinger So keine Ahnung Also ich trinke Hauptsächlich Wasser Ab und zu mache ich mir mal Auch erst seit neuestem Einen Latte Einen Eist Latte Macchiato Caramel Aber sonst wirklich nur Wasser Sonst nochmal Ey ich bin da ganz schlimm Ich muss dir sagen Ich bin voll so Also ich bin So voll der Eistee Freak Voll Eistee Freak Für sich Eistee geht Da bin ich natürlich Liptonite Sparkling Ist natürlich mein Alltime Favorite So Mein Favorit ist halt Vom Pfanner Der Eistee In Pfirsich Oh die großen Die großen Pullen Diese 18 Liter 18 Liter Kartons Die 2 Liter Kartons Genau davon Ein paar holen und so Und ein bisschen Immer eins auf Reserve Eins leer Um 1 Uhr morgens Zweiter auf Gebe ihm Weiter geht's Da habe ich immer das so Problem Dass ich danach noch mehr Durst habe So ne Also es ist geil vom Geschmack So ein Pfanner Ding An die Luke zu setzen Und abzudrücken Ist super Aber Danach brauche ich irgendwie Doch wieder eine halbe Flasche Wasser So Wasser ist natürlich Klar besser Aber Manchmal muss man halt auch mal Ein bisschen Zucker Weil man überlegst Du zockst Und dann brauchst du mal ab und zu Ein bisschen Zucker Wichtig ist das A und O Aber ich finde Dass zum Beispiel Persönliche Beleidigungen Und sonst irgendwas Klar man kann es im Endeffekt Nicht kontrollieren Aber Du kannst es auch nicht Jedem irgendwie sagen Hey das macht man nicht Die machen es dann erst Im Recht Man sollte seine Meinung Auf jeden Fall sagen können Das ist ganz wichtig Und Ich finde auch So durch dieses Internet Ist so Man hört so ein bisschen mehr Vom Volk auch Ansonsten ging alles Über Fernsehen Wie hat man sich damals geäußert Man ist auf die Straßen gegangen Aber dafür Brauchte man Brauchte man natürlich Auch diese Menschenmassen Das gibt es heute auch noch Aber Überleg mal was auf Twitter Oder was damals auf Facebook Ich glaube jetzt aktuell Ist sowieso Twitter Und Insta Ganz groß Insta sowieso Hat glaube ich auch Facebook abgelöst Wenn ich selbst sage Benutzt du Facebook Nein Instagram geht ganz schnell Über die ganze Welt Und du kannst live gehen Und direkt deine Meinung sagen Wenn irgendwas passiert ist Oder auf Twitter Du kannst deine Meinung sagen Das ist eher so Auch so in der amerikanischen Ecke Englischsprachigen Ecke Ist es halt so Voll das Ding Twitter Und das geht halt Wie ein Lauffeuer Das war früher halt Nicht so Weil du auch gerade Facebook angesprochen hast Und wir hatten vorhin Kurz über Mixer Ich bin da gar nicht tief drin In der Materie Aber war da nicht irgendwas Dass Facebook Jetzt sich auch Mixer Anstatt gebracht hat Ehrlich gesagt Weiß ich Also soweit ich weiß Gehört Mixer zu Microsoft Okay Und Twitch gehört ja zu Amazon Aber daher auch An alle Die Batschere Noch nicht abonniert haben Mit Twitch Prime Könnt ihr ihn einmal im Monat Kostenlos abonnieren Rambazamba Auf Auflau Lass es nicht Ihr könnt auch jemand anderes Supporten Aber support Batschere Warum nicht Was war für dich da Das negativste Als auch das positivste Was du für dich Dort erfahren Konntest Oder durftest Das negativste Auf Twitch Ich kann das anders sagen Das negativste Auf Twitch ist Wenn du einen Stream guckst Der einfach nur Überragend ist gerade Und du einfach so Krass Lachen Am Lachen bist Oder entertaint bist Und dein Internet fällt aus Das ist so die Negativste Erfahrung Die man machen kann Nicht auf Twitch Aber dann Kannst du halt nicht gucken Ich kann auch ohne Das ist jetzt kein Problem War zum Beispiel Letztes Jahr Vorletztes Jahr Im Urlaub Für drei Wochen Zwei Wochen Und Das war schon komisch Wo du dann wieder Vor dem PC saßt Du hast dann so einen Anderen Blick Das ist sehr ungewohnt Weil die Augen Müssen sich irgendwie Anscheinend wieder dran gewöhnen Da hatte ich echt Kein Prozent PC von mir Gar nichts Klar Du hast ein Handy Da am Start Und so weiter Aber so Ich hab mich vor die Zwei Monitoring gesetzt PC angemacht Und denk mir so What the fuck Voll ungewohnt Also das heißt Auch Kein Problem Aber das Positivste Auf Twitch Das sind viele Momente Viele Momente Wenn dich jemand Wirklich entertaint Oder Was ich auch sehr gerne mache Ich gucke Streams Wo halt gesungen wird Oder wo Über Rap geredet wird Oder wo Über Rap Videos Reaktet wird Auch auf YouTube Gibt es Formate Wo ich auch ziemlich sehr gerne Zuschaue Und wie gesagt Man kann ja auch Auf YouTube live gehen Und ja Wie soll Newcomer Versuchen Sich durchzuboxen Die haben ja auch Heutzutage Möglichkeiten Die es damals nicht gab Was hat man damals gemacht Man hat irgendwie versucht Demos Und man hat irgendwie Probiert Gehört zu werden Man ist auf irgendwelchen Zum Beispiel Feuer über Deutschland Das ist halt so ein Ding Da wurde man gehört Das wurde aufgenommen Und ist auf YouTube hochgeladen Man ist da halt Von Weiß weiß ich Wenn man aus Frankfurt gekommen ist Ist man aus Frankfurt In den Pott gekommen Aus Berlin dann in den Pott Was auch immer Aus München Egal Egal Man ist echt Man hat sich diese Mühe gemacht Halt wirklich Um gehört zu werden Und Wenn man was reißen wollte Da hinzufahren Und dann da sich zu zeigen Heutzutage Guckt mal Instagram Instagram Man nennt die jetzt Instagram Rapper oder So wie wenn die Wenn die da irgendwie So dieses Irgendwas machen Das geht Die können das machen Am Handy Was für eine Qualität auch immer Und dann sind die am Start Ob die dann gut sind Oder ob die dann gefeiert werden Oder nicht Das ist dann die andere Sache Was ist da bei dir Aktuell in der Playlist Was 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 pumpt der Was pumpt der gute Jay Wenn der Stream aus ist Wenn der Rechner aus ist Um ein bisschen abzuschweifen Also der Rechner ist nicht immer aus Weil über Spotify läuft Okay Okay Also über Spotify Rechner bei Jay wird nicht runtergefahren Höchsten Fall Energy Sparmodus Energy Sparmodus Oder Stromausfall Nein Also klar Der PC wird irgendwann ausgemacht Ich habe ja keinen Stromgenerator Mit einem kleinen Hamster drin Der dann Strom produziert Im Keller Nein so auch nicht Kostet ja alles Geld Aber Was läuft auf meiner Playlist Natürlich die Lokalpatrioten Manuelsen Höre ich sehr gerne Und Tolle Farid Natürlich Berliner Eccasido Höre ich sehr gerne Der hat so sehr Auch Man sagt ja auch Pico Merz Aber würde ich jetzt so nicht sagen Es ist halt so nice zu hören Und Ja Es ist eigentlich so viel Ich weiß gar nicht Modus Mio läuft hier und da Weil wenn ich mich nicht entscheiden kann Läuft Modus Mio Der Klassiker Aber ansonsten Klar So die Klassiker Höre ich immer noch Tupac Auf jeden Fall Ich bin eher so der Tupac-Typ gewesen Biggie ist auch so sehr melodisch Aber eher so Tupac Ist so mehr so die poetische Ecke Die ich sehr gerne auch als Kind gehört habe Als 10, 11, 12 Jähriger Ähm Ja So Autotune ist nicht so mein Ding Muss ich sagen Bitte nicht haten Ist halt Geschmackssache Sache Voll Ja So ich finde aber auch Der Markt wird auch komplett Mit Autotune überflutet Und dann ist es auch geil Jetzt zum Beispiel Ich hab mich mega gefreut Wo Savas' letzten Song Brechen mich nicht Das sind halt so diepe Sachen Das ist was anderes Als dieses Ähm Ich will jetzt kein Song nennen Aber so halt so Dieses Autotune Ist halt too much für mich geworden Die Kids feiern das Weil Frag die mal Ob die vor 20, 25 Jahren Noch die Leute kennen Die sagen nein Die können ja auch nichts dafür Und man ist natürlich auch Wie vorhin schon erwähnt Mit Streams Videos und so weiter Auch hier Wieder komplett reizüberflutet Weil jeden Freitag irgendwie Gefühlt 100 Songs rauskommen Aktuell ist da halt viel Im Umlauf auch Viel Neues Und Dann ist es halt schwierig Es gibt ja schon so gut Wie fast jede Facette Zum Beispiel was ich Übertrieben gerne Ist Apache Das ist so Der hat sowas Neues gemacht Irgendwie So ein bisschen so Einfach Weil du musst dir überlegen Ich hab mal von dem gehört Also von ihm mal So ein Live-Act gehört Der klingt so wie im Lied Und das ist das halt Autotune Rapper Jetzt wie gesagt Das ist kein Hate Es gibt auch gute Songs Wo ich sage so nice Aber die hören sich Im Echt halt nicht so an Das ist halt so der Unterschied Savas oder Azad oder Manuelsen Die klingen so Wie die damals Wenn die live sind Klingen die auch so Wie man erkennt das Sofort wieder Vielleicht ist es auch Wie vorhin Die jüngeren Leute Für die ist es genau andersrum Wenn die irgendwelche Alten Boom-Bab-Songs hören Ist das für die genauso schwierig Fürs Oberstübchen So das ist wahrscheinlich auch In welcher Zeit man aufgewachsen ist Was man in der Jugend gehört hat So das verbindet natürlich auch Ich weiß nicht Wie es ein 15-Jähriger empfindet Wenn man den JBG2 vorlegt Oder also jetzt Sagen wir 18-Jähriger In 10 Jahren ein 18-Jähriger Sagen wir so JBG2 hört Oder John Bellows Story Oder was auch immer Best Tag Wenn die das hören würden Die würden das nicht Glaube ich so ganz fühlen So wie wir es gefühlt haben Ich weiß das nicht Weil da halt einfach Der Zeitgeist auch ganz anders ist Voll voll Und die Songs Die man damals In der Jugend gepumpt hat Man hat ja immer auch Bilder vor Augen So Erinnerungen Backflash Das ist ja Ja Wahrscheinlich wie wenn Die Eltern irgendwie Elvis Presley hören Oder Die Beatles oder so Elvis Presley ist eigentlich Ziemlich nice Ja voll Pumpe ich auch immer noch so Aber Ich denke jetzt Die jüngeren Leute Werden damit Nicht so viel anfangen können Glaube ich auch weniger Aber was Apropos Elvis Presley Was würdest du denken Wird der heute machen Autotune Braucht er nicht Sehr gute Frage Sehr gute Frage Was wird Elvis Presley Heute für eine Mucke machen Was würde Michael Jackson Heute für eine Mucke machen Ey Michael Jackson Das ist nice Das meine ich aber Meinst du die hätten Ihr Ding weiter durchgezogen Oder Hättest du auf einmal Wirklichen Wirklichen Ein Album Mit Autotune Oder sonst was gehört Es wird uns keiner Beantworten können Leider Also so Elvis Presley King of Rock Und Ähm Michael Jackson King of Pop Ich glaube nicht Dass die es nötig hätten Irgendwie In diese Schiene Sag ich jetzt mal Ihre Musikart zu mixen Weil die es auch so nice Anders nice gemacht hätten Du musst dir überlegen Kennst du noch die Zeit Mit David Guetta Wo der gefühlt Mit jedem Song gemacht hat Ja ja auf jeden Einmal komplett Durch Amerika geballert Ja ja Mit jedem Rap Mit jedem Rap Star Mit jedem Pop Star Komplett mit allem Durch Ja und das ist es halt Musik ist aber Das Gute ist Musik Musik Und ähm Es hat halt immer Verschiedene Geschmäcker Die soll es auch geben Die muss es auch geben Sodass jeder Seine Sachen machen kann Es ist ja auch Kunst Einfach Kunst darf nicht irgendwie Eingeschränkt werden Ja das ist Autotune Das darf man nicht Nein 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 Absolut nicht Darf man mich aber auch Überhaupt nicht verstehen Dass ich jetzt so voller Hater bin Das ist einfach nur nicht Mein Geschmack Ist auch nicht Also nicht Ich höre auch Autotune Sachen Aber nicht alles Aber wichtig ist Dass Kunst Muss Ein Freigeist sein Das ist ganz wichtig Darf nicht irgendwie Beschränkt werden Das darf man nicht Oder dies darf man nicht Ich meine jetzt so mit Irgendwelche Hilfsmittel Wie Autotune Oder Anderen Sachen Das ist halt gut Für jeden Irgendwas dabei Das ist halt ganz wichtig Genau Jeder Jeder macht auf was er Bock hat So ne Ich finde es auch immer Ich vergleiche es immer Mit einem Maler so Das ist ja auch Jeder macht seine eigene Kunst Und man hat ja auch Im Maler nicht gesagt Ey du musst Du musst aber den einen Strich Musst du so machen Und den anderen so ne Jeder macht das Auf was er Bock hat So ist es Und das muss man einfach fühlen Wenn man es nicht fühlt Ist es okay Wenn man es fühlt Nice Und ab geht's Apropos Und ab geht's Ganz anderes Thema COD Wie sieht es da bei dir aus Bist du da noch ab und zu Auf dem Feld Oder nur Wenn ihr gemeinsam Modern in the war Trainingslager aktiviert Trainingslager Nicht mehr Aber Ich war gestern unterwegs Mit einem guten Kumpel Hab ich gezockt Und es gibt jetzt ja Aktuell auch Duos Also ich hab Ich hab mit Leuten gezockt Wo ich hab damals Niemals gedacht Dass man mit dem Controller So abgehen kann Ich hab's nicht Ich hab nicht Ich denk mir Controller ist halt Du hast zwei Analog Zwei Analog Sticks da Und das hat halt immer Eine gleiche Geschwindigkeit Wenn du's drehst Du kannst die Maus Gegen Wand werfen Sozusagen die Blickperspektive Geht ja auch In der Geschwindigkeit mit Und es ist echt krass Also ich Dieses Vorurteil Hab ich auf jeden Fall Dieses Glas hab ich entleert Dass Soll ich jetzt mal Konsolenspieler Nicht krass sein können Absoluter Bullshit Die können genauso krass sein Wie Maus Tastaturspieler Bei COD Es gibt klar Einer sagt Der eine sagt Ja die haben Die Leute mit Tastatur Und Maus haben einen Vorteil Nicht unbedingt Wenn du krass bist Bist du krass Selbst wenn du dann Mit dem Lenkrad spielst Egal Wenn du krass bist Bist du krass Das wird heute getestet COD mit dem Lenkrad Aber Spielt Monte nicht auch Mit Playstation Er spielt auch mit dem Controller Mit dem hab ich ja gespielt Da hatten wir ein paar Runden Und ey der ist krass Krass Die erste Runde hat er 17 Kills Oder so Wir sind zwar Zweiter geworden Nicht Erster Aber 17 Das ist dieser Moment Wo ich dieses Glas Vorurteil Was heißt Vorurteil Halt so diesen Gedanken Controller Ist nicht so Wie mit Maus Da hab ich dieses Glas Einfach ausgeschüttet Und es hat mir irgendwie Ein bisschen die Augen geöffnet Und der war Der ist um einiges besser Als ich auch Er spielt ja das Game COD auch Viel viel länger Und seit Weiß nicht COD Black Ops 2 glaube ich Und ich bin halt Nicht so wirklich Der COD Spieler gewesen In der Vergangenheit So Warzone ist so So eins der ersten Richtigen Spiele Die ich so aktiv gespielt hab Ja das heißt Bei mir Trainieren 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 Ich sag nämlich immer zum Beispiel Dieses Crossplay Ich mach immer Crossplay auf Weil ich sag Ey das ist Unfair Aber ich glaub wirklich Wenn man einfach trainiert Geht das auch mit dem Controller Dauert vielleicht länger Aber wenn man das Über lange Zeit Sich aneignet Scheppert man da auch Die Zeitgenossen weg Auf jeden Fall Eines der Allerletzten Sachen ist Gibt es Künstler Schauspieler Sportler Oder sonstige Personen Bei denen du dich Freuen würdest Wenn du die auch Auf Twitch sehen würdest Wenn die auch dort aktiv wären Jetzt aktuell sind ja Knüppeln willst Bleibt gesund Bleibt gesund Seid lieb Und bis ganz bald Ahoi Und bis zum nächsten Mal